aber irgendwie ich weiß nicht ich hoffe es nicht aber wir kommen uns darum wenn es soweit ist oh Yuma ich muss sie haben ich muss sie haben ja und dann ist er geflohen vielleicht hat es einfach nicht sein sollen ja das müsste ja der video her gewesen sein oder auf dem anderen zettel stand ja hallo ich hey was sagt denn das denn über mich aus der urturm fällt ähm wir haben uns grad den weg versperrt na toll wer ist der größte kopf der welt ich frage mich um wen es ging ich blick überhaupt nicht durch ach ja da 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 notiz weil da stand dass der größte kopf der video number one ist hallo hübsche tüge ich weiß du kannst in dem spiel wirklich niemanden trauen jetzt mach ich mir sorgen ich hoffe dass dieses spiel ein gutes ende hat für mich für unseren hauptcharakter weil im moment sieht es echt bitter aus ich habe große befürchtung ich habe große angst aber warum meint es eigentlich vor mir das machst du nie okay Ich denke, jetzt sollten wir uns über die Geheimdachtung nach den Geheimdachtern denken. Da sind Fische da drin? Was ist das denn? Wie schwimmen denn die Fische, Mann? Aber es sind diese Spielzeugfische, die du aufziehen kannst. Naja, das ist nicht... Ach, die Puppe da... Was ist denn, der Tisch aus dem geheimen Club? Die ganze Farbe hier. Was ist der Dinosaurier vor der Kunstgalerie? Aha. Ganz komisch, Shinigami. Irgendwie mag sie nicht über den Number One reden. Sie hat auch irgendwie mal angedeutet, dass sie den offenbar kennt. Also sie hat irgendwie angedeutet, dass sie so ist, ich mag ihn nicht besonders. Aber sie sind hier drauf eingegangen. Sie sind hier schon wieder in der Schule. Was ist denn, was ist das Leben der Forschung? Das ist so, dass es so ist. Du hast mit Flachbrüste über das von vor drei Jahren gesprochen. Schon vergessen Sie die Schlüssel an! Tu ich doch eh! Also was geschah im Kanalbezirk? Hm, wenn jemand sein sollte? Das Projekt, oder? Nichts hält mich auf! Ach Gott. Was wurde im Kanai-Bezirk zu Forschungszwecken getan? Naja, wahrscheinlich diese Weiße Woche, oder? Weil die Leute, die wahrscheinlich die versprechendste DNA hatten, sind verschwunden, nehme ich an. Okay, jetzt sagt sie dasselbe. Interessant! Vielleicht war das auch falsch beim ersten davon, ne? Das Geheimnis der Weißen Woche? Blutest, okay, warte mal. Ich glaube, der Blutest, oder? Weil, was ist das hier? Es ist ein Tabuthema, das ist unbekannt. Jeder wacht da jetzt morgens auf. Oh Gott, das sind so viele Texte, will ich nicht lesen. Ich sage mal, der Blutest, das ist mir einfacher. Ich hoffe mal, dass das stimmt. Ah, sehr schön. Ich muss nicht alles lesen. Dafür bin ich ein bisschen zu faul im Moment. Ah, jetzt sind wir im Doja-Distrikt, will ich sagen. Ah, gut. Aber ich weiß, wenn ich das 3 Jahre später be Scannoyира wo ich in, von der rewards szerechnik vorgestellt... Das ist der Allerfotenzialen Anerkennung. Wann natürlich der Allerfotenzialen Anerkennung ist der Allerfotenzialen Anerkennung an, was zur blessing auf Einkommen ist? Das ist das, dass ich das gleiche Jahre hinweg habe. Ich denke, ich bin bei mir nur auch nicht. Aber es ist es, dass der Allerfotenzialen Anerkennung an das die Anerkennung an, nicht nur Hygiene� Filter, um an Slecht ... Ja, davon können wir mal ausgehen. Oh Gott. Er wollte gerade einen Gedanken. Oh je, wir werden gleich schwimmen müssen. Er wollte uns gerade seine Gedanken mitteilen. Die hätte ich gerne gehört. Ja, dieses ganze Labyrinth ist der ganze Kanai-Bezirk. Oh. Immerwehr-Wasser. Ich hoffe, du bist sattelfest mit deinem Siebpferdchen, Yuma. Ja, ich meine, ihr könntet das doch einfach zeigen, ohne mich immer anzuhalten. Ich sehe das schon, wenn das Wasser hochkommt. Siehste, hinten stärkt es, glaube ich, immer noch oder nicht, oder was? Es hat so ein bisschen ausgeschaut, als würde das Wasser steigen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, so weit waren wir schon. Was wurde mit dem Projekt Homopoulos erschaffen? Nummer eins, alle Bewohner. Meister, die... Ich weiß es nicht. Oh Gott. Scheiße. Nein. Ich hatte gehofft, ich liege falsch. Nöger. Wir haben einen ganzen Befugler in der Witwen-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser. Nöger. Wir haben alle Bewohner? Der Frösse時間, der Liebe in der Liebe aufliekert, hat sehr zusammengeschaut, und hat eine DNA 그대로. Und wir hatten die Rohstoffe, die ihre Befugler und die Verlanten-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser-Wasser. Ah. Wie unethisch ist das? Bitte, erklär, was würde passieren, wenn in der realen Welt so etwas passieren würde. Was war das Ergebnis? Das Geheimnis, Giftgas, die Besetzung, das Geheimnis? Was würde passieren, wenn in der realen Welt das los ist und dann kommt es raus und die Verantwortlichen? Welche Strafe würde die Verantwortlichen erwarten? Weil, alter. Deswegen waren auch so viele Kapseln hinten, oder? Das ist wahrscheinlich die Woche gewesen, in der sie geschlafen haben, waren sie wahrscheinlich in diesen Kapseln. Das sind die ausgerastet, haben alles kaputt gemacht. Was haben Sie nicht gewusst? Was haben Sie nicht gewusst? Es ist so weit, bin ich noch nicht, Shinigami. Ach Gott, da kommt ein Haus. Oder... Wow! Steintrümmer, wollte ich sagen. Es wird gereizt. Es ist so... Nein, du antwortest mir jetzt sofort! Es ist so... Nein, du antwortest mir jetzt sofort! Die Sonne geht ja fast unter. Oh, sie hat nicht... Oh, sie hat nicht... Oh, sie hat nicht... Was ist das? Aus... Geh... Aus... Geh... 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 Nicht... Okay. Aus... Geh... bypass ... Nee, nein, aus- Ausgetauscht. HAMOHT! Achso, nein, das ist es noch nicht. Entschuldigung, ich war ein bisschen zuvorschnell. Ich drehe es gerade schnell. Es dauert irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Bies. Also weg mit den Trümmern. Wunderschön. Die Treppe ist frei. Es wurden alle ausgetauscht. Das ist irgendwie... Ist sowas überhaupt möglich? So viele Menschen? Das heißt halt auch, dass die Fubuki nicht Fubuki ist, sondern ein Homun-Kollier. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Bin ich am... Okay. Es ist der Chef, war auch ein Homun-Kollus. Ich meine, ja, wir haben ihn ja gesehen. Entschuldigung, aber... Mein Hirn. Ich bin gerade so... Äh, ich stehe direkt neben dir. Das sind sowas, was ich entstanden habe. Eine Übernahme ist sowas zu dem Homen-Kollus. Es liegt nicht mit dem Lachen. Es ist auf sich gar nicht verstanden. Es sind alle völlig verstanden! Wir kommen alle! Ihr seid? Ihr seid, ihr seid! So where ist es ein Ver� Und dann? Ich weiß nicht was. Zurückweisen... Nein. Falsch. Du liegst falsch. Oh Gott, das ging ja noch gar nicht weg. Sie konnten nicht ausgetauscht werden. Das ist unmöglich. Ja, das habe ich mich ja auch gefragt. Das ist eine Fantasie, die du dir ausgedacht hast, weil ich so viel Spaß daran habe. Alles. Alles, 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 alles. Au. Verdammt. Okay. Irgendwo musst du einen Widerspruch geben. Du musst ihn finden und zurückweisen. Ein Widerspruch? Er hat nichts gesagt. Du liegst falsch. Sie konnten nicht ausgetauscht werden. Der war so voll ins Gesicht. So unhöflich. Bam! Das macht immer so ein unangenehmes Geräusch. Strudelbär. Sei doch nicht so. So, lass mal schauen. Sperrgebiet. Wenn fehlhafte Umhänge mit Sonnenlichten können, werden sie extrem gestresst, verlieren die Kontrolle. Wie wieder aus der Umhänge. Physikalische Besonderheiten und Details zu ihrem Gedächtnis. Äh, das oder das? Was? Ich nehme einfach mal mal fest an. Ich denke nicht, dass das stimmt, aber... Was ist das anderes? Habt ihr weiße Woche? Alle wurden unter Drogen gesetzt. Alle sind eingeschlafen. Oh, wow. Stimmige Erinnerungen über die Woche überein. Das ist unmöglich, wenn sie... Nicht? Oh Gott. Wären sie andere Wesen. Ihre Erinnerungen werden auch ganz andere. Nein, das wären sie dann nicht. Oder das wäre dann hier. Die Erinnerungen würden nicht passen. Ich glaube, wir müssen es beim letzten einsetzen. Selbst ich kann nicht fassen, dass alle Einwohner durch Homunculi ersetzt wurden. Ich meine, niemand hat hier etwas darüber gesagt und alle haben Erinnerungen, die weit zurückreichen. Vielleicht ist das doch nicht so überraschend. Die Erklärung steht in dem Bericht, die er hinterlassen wurde. Was ist das? Wird die Erinnerungen? Jägerungen und der Homunculi? Die Erinnerungen werden diese Gäste! Oh Gott! Jägerungen und der Homunculi. Die Homunculi ist, was die Erinnerungen ist, was sie vorherigen. Und ich habe aber noch nicht ganz verstanden, die Homunculus sind sowas, also wie Klone, das sind neue Menschen, nur es ist nicht ganz Klonerei, es ist irgendwie was anderes. Was passiert denn mit den echten Menschen, von denen die DNA kommt? Sterben die, sie können Erinnerungen übernehmen, sind die tot oder, ich weiß nicht ganz, also fehlerhafte, extrem gestresste Runevortragliche, die Wache, an die sich niemand erinnert, wenn Erinnerungen erhalten bleiben. Was steht da? Dann gäbe es keine Lücke in ihren Erinnerungen. Aber alle erinnern sich an die Weiße Woche. Diese Tatsache beweist es. Was liebst du denn da? Nichts hat die Plätze mit den Bewohnern getauscht. Wenn ihre Erinnerungen übernommen werden, sollte es keine Lücke geben und ich bezweifle, dass alle Einwohner eine Woche lang das Gedächtnis verloren haben. Nein, vielleicht hat doch jeder alle Erinnerungen verloren. Wirklich? Und hast doch Beweis dafür? Seh dir nochmal die Lösungsschlüssel an. Ich weiß nicht mal, was ich einsetzen soll. Führt jetzt diesen Bericht. Das Vertrauliche von vor drei Jahren statt. Kann ich da irgendwie näher drauf reingehen? Nö. Ich weiß nicht, was ich hier einsetzen soll, weil ich kann mir auch die... Ah, okay, jetzt kann ich es mehr an. Okay, Entschuldigung. Ähm, die Geschichte... Ah, okay, das da muss ich einsetzen. Weil... Ich muss das da einsetzen. Was ist denn? Ich weiß nicht, dass die Erinnerungen auf die Erinnerungen wird. Ich weiß nicht, dass die Erinnerungen wird. Oh, wow. Du wirst keine Lücke in ihren Erinnerungen. Hm, ich glaube, ich würde das nicht wissen. Jetzt hat die Plätze mit den Gewohnern getauscht. Ich habe mir dann überlegt, soll ich es da einsetzen oder nicht? Und da war ich so, ja, probieren wir es da. Er wird eh jetzt gleich erklären, warum. Ja. Als alle ausgetauscht wurden, hat die Sonne noch geschienen. Und dann sind sie wahnsinnig geworden. Und deswegen sind die ganzen Sachen auch kaputt gegangen. Im ganzen Bezirk. Im... Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich da jetzt sage. Aber es macht Sinn, oder? Aber es macht Sinn, oder? Einfach so, warte mal, kurz wieder neu laden. Kein Problem. Das heißt, diese ganze Stadt ist einfach nur komplett künstlich. Juma, irgendwie machst du mir Angst, wenn du so lachst. Ist der gleiche Synchronsprecher, darum ist das ein bisschen druselig. Dude, weiß ich doch nicht. Nur weil er ausschaut wie ich. Und redet wie ich. Und ich ist. Kann ich doch nicht wissen, was in mir vorgeht. Und ich weiß nicht, was in mir vorgeht.